. 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 Achtung! Ja, das ist der typische Vorführeffekt. Äh, auch beim P34-8-Rot-Servierrohr. Hauptsache, das Rohr, das ist ausgeglichen dabei. Ja, okay. So wie die Politkommentare. Also, das bekommen wir gerade aus dem Hintergrund die Info. Äh, die Jungs haben noch ein paar Stunden Zeit. Heute Nacht, gedacht, soll das dann nochmal für Rente, äh... Jetzt, jetzt geht's los! Ja, ja, alles, jetzt geht's los! Ja, jetzt geht's los! Na, jetzt geht's los! Lutzen zwei Anklanaten, oder? Was ist denn größer? Später! Ah, ja, alle. Etwas später... ...als ich achte, wir konnten da auf die Stammer der 11.000 Rege. Über... Oh, mein Kamin!